Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Aragami. Ja, wir sind nach wie vor dabei frisch fröhlich herumzumeucheln. Ja, weil wir das gut können. Oder auch nicht. Wow, 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 wow. Okay, ich kann's doch nicht so gut. Und wieder meucheln. Geht schon. Jawohl, perfekt. Puh, mehr oder weniger perfekt. Puh, scheiße. Na, schön. Äh, hin ist hin. So. Ah, da haben wir das nächste Licht. Mit Schwingen. Und wenn's gut läuft, auch noch obendrein einen Speicherpunkt. Jetzt ist es hier aber wirklich ganz schön finster, ne? Ich seh so gut wie nix mehr. Ich glaub, Kradlermäßig. Kradlermäßig müsste man alles erledigt haben. Tapp, 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 tapp. Das dürfte normal wachenmäßig, dürfte jetzt nix mehr sein. Hoffe ich halt. So. Und jetzt? Wieder ganz raus. Hm. Vielleicht. Tatsächlich auf dem Boot. Ha. Ha. Uh, gespeichert. Das freut mich. Das freut mich gerade. Schön gespeichert. Na, würdest du? Schwingen. Kann ich hier irgendwie? Ja. Schwingen. Und? Hier hoch. Tada. Und wir haben das gefunden, was wir suchen wollten. Wir mussten. Du hast es geschafft. Gute Arbeit, Aragami. Nur noch drei. Bitte was? Bitte was? Ich dachte, wir sind schon fertig hier. Nix da. Woosch. Großartig. Großartig. So. Ist es da irgendwo? Nein. So. Wie stellen wir das jetzt an? Das ist jetzt ein bisschen spannend. Ich würde sagen, wir fangen mit was denn an? Ich habe keine Ahnung. Mit dem da unten. Das ist gerade ein bisschen schwer. Aber ich würde mal meinen, vielleicht den da zuerst, den Kerl da, wenn er da herum steht. Weil der wird ja nicht anvisiert und dann haben wir ein bisschen Nahenfreiheit. Ich kann nur hoffen, dass er uns so nett sieht. Und weg mit dir. Was? Terramar, ja. So ist es. Nichts als Schatten. Jetzt muss ich warten. Tut ein bisschen warten. Ist schlauer. So, bis der mit seinem Blick wieder auf der Seite ist, dann können wir uns da raufschleichen. Den umhauen probieren und dann den da. Ah, er hätte gerade darunter gezielt verflixt. Ach, ist ja wurscht. Auf jeden Fall müssen wir hier rauf dann. Als wäre es gegangen, oder was? Lur. Rauf hier, auf die Kiste! Ja, sicher. Fuck. Dreck verflucht er. Das ist ja wahr. Das ist wirklich ein Ziel gespeiert, ey. Gut, wie machen wir das? Ah, ich hab... Und tschüss. Und weg mit dir. So. Das heißt, von oben zuerst und dann den unteren. Oh, das ist ja gut. Das ist ja gut. So, was nun? Oh, da zurück ein Stück vielleicht. Ach, das ist kacke. Und weg, lege ich. So. Verstecken. Okay. Schnell runter. Seltsam. Scharf. Jupp, war nur der Wind. So, der sollte jetzt eigentlich der leichtere von allen sein. Sollte. So, geht jetzt den ganzen Weg wieder zurück oder bleibt der Gratler um? Na, der geht zurück. Gut zu wissen. Das heißt, auch wir müssen schauen, dass wir mal ein bisschen darauf mal zuerst. Und dann kriegen wir ihn schon klein. Vielleicht ja auch schon da. Und tschüss. Okay, der. Warum nicht gleich so? Tada. Supi. So. Fisch. Können wir... Können wir... Äh... Jo. Was würde ich eigentlich kommen auf das Schiff da? Nee, nee. Nix da. Macht ja nix. So. Ah, vielleicht auf das hier. Auf das hier müssen wir fast können dürfen. Ja, ich sehe schon. Mehr Schattenenergie. Bitteschön. Wenn's denn sein muss. So, geht's jetzt, ha? Ja. Dann halt unten durch. So. Hui. Yeah. Sehr gut. Ein Schrein. Ein Schrein. Ich bin verliebt. Ein Schrein. Wie schön. Ein Schrein. Oh, da ist sie auch schon. Der einzige Weg nach draußen ist der, auf dem wir gekommen sind. Immer weiter geradeaus. Ja, okay. Da oben steht ein Gratler. Ich sehe ihn. Da oben. Ein Bogenschütz. Okay. Da oben sind einige. Okay. Das Ganze ist leicht, äh... Na, wie ist du? Jetzt bleibt er hängen, ne? Pfff. Scheiße. Mann, das ist kacke. Hier muss ich ihn hauen. Schnell weg. Da kommt er. Scheiße. Steck das wieder weg. Passt. Und mit dir ab in die Schatten. Wow. Und der, der Blindfisch, der oben hat mich nicht gesehen. Bach, ein Glück muss man haben. Tschüss. Kann ich den von da wieder ermorden? Nö. Ist zu weit oben, ne? Zielt er noch dorthin? Ich fürchte nichts. Alter Schwede. Ah, der steht jetzt da. Oh, tschüss. So, fast. Da sind auch welche. Alter Schalter. Geht schon wieder ab. So. Ganz ehrlich, da wird mir eine Falle gefallen. Ich stelle hier meine auf. Einer. Und zwei. Tschüssi. Hihi. Dann noch schnell zurück. Wow. Zurück zum Schreien, wollte ich sagen. So. So. Na, nicht Falle machen, liebe Depp. Ich wollte den Schrein betätigen. Das geht jetzt nicht, weil er offen ist. Das ist so eine Kacke. Jetzt habe ich das versaut. Ma, ist das ärgerlich. Kacke. Krutze. Türken. Voll versaut. Den Schrein kann man nur einmal benutzen. Okay. Das muss ich mir auch merken. Bitte, wo sind hier die Schriftrollen versteckt? Da gibt es hier tausende Schriftrollen. Okay, der da oben ist zuerst weg. Okay. Der da oben ist zuerst weg. So, weg mit dir. Und in die Schatten. Sehr gut. So. Ab in die Schatten. Boah, ey. Gerade leicht konzentriert. Kommt ja selten vor. So. Hier stehen wir schon mal gut. Jetzt wäre hier eine Falle nicht schlecht gewesen. Jetzt kommt er da zurück, ne? Boah, Glück gehabt. Einfach mal kurz ruhig verhalten. Pfuh. Ach ja. Dann wird er jetzt um die Ecke gehen, ne? Dann werden wir vielleicht da drüben bei der Ecke versuchen auszulöschen. Ah, nein. Jetzt geht er wieder zurück. Aha. Okay. Na, das war keine gute Idee. Schon da ist es besser, aber da kann ich gleich auf die Plattform nochmal. So, und jetzt noch. Zack. Und Schluss ist mit dir. So. Perfekt. Okay, da ist einmal nichts. Okay. Alter. Alter. Scheiße. Alter. Alter. Welche Seite kommt da jetzt? Loll? Okay, da kommt er. Und tschüss. Oh nein, Licht. Nein, das Licht. Ich bin so dumm. Ich habe aufs Licht vergessen. Ja, welche gehabt. So, dann machen wir das kaputt. Komm. Schwing. Hier ist auch keine Schriftrolle. Ernsthaft, nichts. Gar nichts. Die sind hier sauschwer versteckt. Traue ich mich wetten. Ja, ist schon gut. Ich lauf. Ist schon gut, du Gratler. So. Wann ist das jetzt überhaupt da oben? Da glaube ich, ne? Da sollte ich eigentlich hoch dürfen. Hm. Das ist jetzt gerade interessant. Ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich da rauf dürfte. Dann muss es wohl hier gehen. Ah, da ist ein Gratler. Da ist ein Gratler. Das ist jetzt natürlich nicht sehr gut. Das ist jetzt natürlich kacke. Toll, jetzt kommen erst beide, ne? Das ist jetzt natürlich bescheuert. Drei. Ah, da wäre eine Falle schön gewesen. Mist, 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 Mist. Hm. Okay, da ist kein Schatten. Ist nur hier. Ist logisch. Ist nur hier Schatten. Ja. Zum Schluss sehen wir es noch richtig schwer, ne? Ich denke, dass es der Schluss ist. Und hier. Wow. Und F. Ja, der erste ist schon mal weg. Ich muss mich mal kurz im Schatten und so, ne? Ihr wisst es bescheid. Da ist auch noch ein Schatten. Da haben wir auch noch einen. Jö. Da fahren wir auch noch ein Schatten, aber dann kommt gleich ein Gratler her, ne? Scheiße, das geht's nicht aus. Ich glaube, das geht sie aus. Brauchst gar nicht denken. So nicht. Ah, meine Finger. Ich muss echt warten, bis er umdreht und dann könnte ich ihn ummeucheln. So wird's sein. Und jetzt? Na, ist zu spät. Ist zu spät. Vielleicht den auch zuerst noch lassen? Alter, Schalter. Pff. Alter. Boah, da wär echt cool gewesen. Ne Bombe legen, also ne Falle legen. Das ist gut, Annette. Okay, den haben wir. Dann müssen wir den hier locken. Oh je. Fast. Haben wir geschafft. Weg damit. Entsorgen. Wow ey. Das ist wieder heftig. So. Und weg mit dir. So ist fein. Hei. Wow. Noch jemand? Na, schaut aber gut aus. Und weg mit dir. Ist alles gut? Alter Schalter. Was? Wo? Wer? Aha. Aha. Ich seh dich, du Kackbogenschütze. Ich hab ihn gesehen. Den oberen da, der ist einzeln. Der wäre gut in her zu locken. Sehr gut. Der ist weg. Ich hab keine Ahnung, ob das schlau ist, was ich hier vorhabe. Was? Wusstest du, dass wir den am weitesten von der Stadt entfernten Post abbekommen haben? Ja. Toll, oder? Toll. Mir war noch nie so langweilig. Ich hab mich der Kaiho angeschlossen, weil ich Abenteuer wollte. Das Böse bekämpfen. Buchstäblich Köpfe rollen lassen. Was bringt es denn, Tag und Nacht Kreise in den Boden zu treten? Du weißt schon, dass es nicht das wichtigste Ziel der Kaiho ist, Köpfe rollen zu lassen. Auf jeden Fall ist das hier der beste Ort zum Bewachen. Und ich werde nicht fähig mitlesen. Hm. Hm. Yes. Sehr gut. Das ist gerade sehr, sehr gut gelaufen. Was dumm ist, dass ich hier jetzt kein Schrein mehr habe. Das ist das, was mich gerade ärgert. Und weg hier. Gut gemacht. Schnell weg. Und weg hier. Gut gemacht. Und durch. Boah. Boah. Sehr, sehr gut. 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 Was haben wir da oben? Nix. Boah, Edeka. Sehr gut. So, wo sind die Schriftrollen? Da sind doch bestimmt irgendwo Schriftrollen versteckt. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben die schon alle. Echt? Kann das sein? Ah, ich muss mal meinen Finger entlasten. Der ist schon, der macht schon bald ein Uh-Hagerl. So. Hm. Wenn man wenigstens von vornherein wüsste, wie viel man sammeln kann. Das wäre halt auch schon geholfen. So. Und wo muss ich jetzt hin? Wo ich hergekommen bin, ne? Hat sie gemeint. Äh, Entschuldigung. Das war ein Fehl. Von dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Okay. Ach so, da hätte ich mich auch verstecken können. Ich Profi. Oh. Wurscht. Das ist jetzt sehr hinfällig, ne? So. Hm. Wo sind wir jetzt wirklich hergekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Oh. Ähm. Ja. Super. Wie zock ich kann's. Scheiße. Wurscht. Vielleicht hätte ich auch, vielleicht war das hier auch nur zum Deute umklatschen. Da vorne ist eh noch einer. Und der Pat ist auch zu Ende. Den Einen davon machen wir noch. Uh, gespeichert. Mai bin ich froh. So, komm, warte, na, zurück, weiter, lor, so, jetzt tut er lücken und suchen und schauen, wenn er sich umdreht, hau man weg, und tschüss, sehr gut, passt, es hat hier gespeichert, soweit ich gesehen habe, das bedeutet, wir können hier Aufnahmepause, glaube ich, sogar schon machen, ist schwer soweit, ich muss mal kurz nachschauen, sonst kommt noch eine Folge, ansonsten sage ich schon mal sowieso, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal, tschüssi!